Sehen Sie eine zweite Flüchtlingskrise oder eine zweite Flüchtlingswende auf und zu wollen? Das sagen die Kammleute, die von Millionen in Süddeutsamerika sprechen, die sich über diese Haare aufmachen. Und das sagt auch Herr Schulz, der aus dieser Mittelmeer-Problematik eine neue Flüchtlingskrise auf uns zu wollen sieht. Und wenn er das schon sagt, werde ich bestimmt nicht dahinter zurückgehen. Das ist völlig klar.